hallo und herzlich willkommen zurück zu lair sophia hier gehen jetzt weiter wo auch immer er jetzt drüber gelatscht ist was sei ja das telefon ich hab's verdrängt was das hier jetzt auch noch mal das weiß ich auch nicht immer noch nicht mit der nummer weiß ich zumindest noch das ist doch schön ich muss mir das noch mal wiederholen ja wie komme ich denn jetzt da warum will ich da nicht gleich drauf kommen ich musste ja hoch gucken nein sowas nein sowas stimmt ich wusste nicht wo der zweite nummer ist nicht der die ach so was auch immer was auch immer was auch immer 8, 5, 3. Oh mein Zoll, ey. Das ist nicht mehr ernst. Naja. Versuchen wir mal. Oh, Schätzchen. Komm. Ach, 5, 3. Ich will da nicht lang. Ganz im Ernst. Achso, okay. Ich will hier weg, Mann. Naja. Was ist denn nun? Ja. Okay. Ganz wie du meinst. Und jetzt? Oh. Alter, mach doch sowas nicht. 3, 4. Oh. Ausgerechnet das Bild, ne? Ja. Ich will weg. Ja, 3, 5, 4. Okay. Ist nicht lustig, ey. Ja. Ja. Alter. Ist ja nicht... Ist ja nicht... Ja. Ja. Alter. und jetzt mein telefon lass das schmeiß mir nichts auf den kopf und 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 Du hast auch keinen Plan, ne? Ich auch nicht Ich brauchte etwas, um die, wie soll ich es sagen? Es wird es, es sind, etwas zu sehen. Ich habe es nicht, das Kilo zu machen. Ich habe es nicht, es ist zu sehen. Ich habe es in der Ecke gedrückt. Ich habe es nicht, ich habe es, 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 ich habe es. Ich weiß es nicht, was auch immer der Mann entnommen hat. Ja, es ist... wird aber schlimmer hier. Naja. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Gut. Von mir aus... Finger, ey. Da ist ja gleich drunter. Wo ist denn das hin? Welch ein Stuhl. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Viel kann jetzt ja auch nicht mehr kommen. Was für ein bisschen Angst macht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was hier jetzt noch kommt. Und das Spiel wird immer schlimmer. Okay. Rechts, links. Wollen wir mal gucken? Also, von wollen kann nicht die Rede sein, aber... Sollen wir hier jetzt noch zum Ende kommen? Jo. Nehm ich. Hm. Ja, danke. Nein. Ist das nicht diese... Nee. Ist das nicht die Küche? Gut. Ja, das ist natürlich sehr dramatisch, wenn die Äpfel ausgehen. Glaub ich. Gucken wir hier mal rein. Wenn hier gleich wieder das Licht ausgeht, ne? Weil ich mit irgendwelchen... Du schaffst das. Wagen rumspielen muss. Was? Ach. Ach. Also, falls jemand einen Äpfel braucht, ich habe hier so den einen oder anderen. Was soll das? So geht man doch nicht mit Essen um. Kann ich da ran? Ah. Okay. Andere haben nicht zu futtern. Und hier fliegen die Äpfel durch die Gegend. Was soll das? Nein. Nein. Ich bin übertrieben. Okay, auch nicht? Ja. Dazu. Kannst du da rüber? Hä? Was soll ich denn jetzt machen? Nee, ich will nicht in den anderen Raum gehen. Warte mal, vielleicht gibt es hier irgendwie... Ah! Mach auf! Oh, sch... Von dem Ernst, ey? Auch hier geht das. Ja, okay. Ich sehe, ich habe keinen Plan. Was soll ich denn jetzt hier? Kann ich hier irgendwas machen? Mit den Äpfeln. Da hinten ist eine Typa. Ich will da hin. Ach. Ja. Lauf doch einfach hier lang. Oh, es ist so dunkel. Hi. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Hör auf. Ich meine Musik. Oh, fuck. Was ist das denn? Was ist das? Wer malt denn so ein scheußliches Bild? Was ist das denn da unter? Ach, ich will nicht weiterlaufen. Hm. Oh, Mann, ey. Oh. 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 Warte mal. Hier. Tür? Tür? Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Ehrlich. Es ist... voll für den Arsch hier. Entschuldigung. Ist aber so. Was soll ich denn jetzt hier? Ich will mich nicht um. Ich will dir dieses Bild nicht an. Guck dir das mal an. Und eine Ratte mit drauf. Der Typ hat echt ein Problem mit Ratten. Oh. Hm. Warum nehm ich so was nachts auf? Wo ist dieses scheiß Bild hin? Ach so, okay. Die sind umgefallen. Alles klar. Oh, Mann. Ehrlich? Alter. Ja, hör auf, Mann. Was ist das? Nein. Ah. Ah. Alles klar. I swear weil es slowed ist. Die ist das. Aaaah. Das ist letztlich. Okay, das eine Zeilen ist mir sicherlich ent день. Das ist dran. Ich gehe mal irgendwie davon aus, dass die Frau oder das Ding auf dem Bild seine Frau sein soll. Sehr schmeichelhaft. Ich hoffe, es ist sehr schmeichelhaft. Solch ein Bild möchte doch jede Frau von ihrem Mann kriegen. Alter. Was ist denn, wenn ich die Tür jetzt aufmache? Steht die da noch? Ne, ist durch. Ja, sorry. Oh. Was ist denn mit der Ratze? Ja, jetzt hör doch mal auf. Bitte. Ich kann mir sicher nicht mit anhören. Ja, super. Geh auch noch so auf. Und das ist jetzt alles? Ich komme hier jetzt einfach so raus? Hallo. Ich habe wohl zu viel Schwung drauf. Nein. War das eben auch schon so? War ich hier überhaupt schon? War ich hier überhaupt schon? Hübsch. 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 Nett. Ist mal was anderes. Ich würde jetzt nicht so streichen, aber... Ansichtssache. War eigentlich klar, ne? Was ist das? Was ist das? Ja. Ich würde sagen, ich beende an dieser Stelle die Patscheiße. Was ist das für ein Spiel, ey. Oh, und wer kommt am nächsten Pfad, was uns hier erwartet, im Spiel nicht mehr, sondern wann das hier ist, ey. Das ist voll eklig. Ich danke fürs Zuhören. Tschüss. Boah. 吃. Ja. throwing. Vielen Dank.